Die Öffentlichkeit verlangt nach der islamischen Stimme, die sich deutlich gegen Extremismus ausspricht. Immer wieder heißt es, dass sich Muslime nicht genügend distanzieren würden. Was die wenigsten wissen, es gibt eine islamische Reformgemeinde mit einer 120-jährigen Tradition. Es ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die den Islam von den Fängen des Fanatismus und des Aberglaubens befreien will. Mehrere 10 Millionen Anhänger in über 200 Staaten folgen einem spirituellen Oberhaupt, dem Khalifen Hazard Mizar Masrur Ahmed. Immer wieder erhebt er seine Stimme gegen Ungerechtigkeit, Hass und Gewalt und ermahnt seine Anhänger dazu, Frieden zu verbreiten. Auch zu den jüngsten Anschlägen nimmt er Stellung, verurteilt diese scharf. Die Mahanah war es real. Und in der Namen der Islam und deriscoe genommenen ist, die nicht mit der Anwälte des Islam, die nicht von dem Filmemisch angeht, und unter den Handeln, drucken zu einem Gebirgen, zu einem Saksen, zu einem gewissen, zu einem zu einem G�. Wir sagen die Jaume, dass es nicht von der Islam ist, von dem Filmemisch die Beziehung nicht von dem Filmemisch geht. Es ist von dem Filmemisch geht. Angehörige der Muslim-Jamaat aus aller Welt verurteilen den Terror. Sie kennen ein anderes Islambild.